Für Shirin David könnte es nicht besser laufen. Neben ihrer Teilnahme als Jurorin bei The Voice of Germany meistert sie erfolgreich ihre erste Tour. Doch ohne diese eine Person in ihrem Leben wäre das alles nicht möglich. Was für eine süße Liebeserklärung an ihre Mama. Im Interview mit RTL-Exklusiv, das Star-Magazin verrät Shirin David, wie viel ihre Mutter in der Vergangenheit für sie und ihre Schwester getan habe und warum das Verhältnis zwischen den beiden so harmonisch sei. Shirin, ihre Liebe hängt nicht von meinem Erfolg ab Shirin David lebt den Traum vieler junger Frauen. Sie sieht gut aus und hat sich als erfolgreiche Künstlerin etabliert. Erst kürzlich füllte die Bramfeld-Barbie auf ihrer ersten Tour mit ihren Deutschrap-Nummern die Hallen. Dass ihr Selbstbewusstsein und ihr Erfolg auf einem starken Fundament fußen, erklärte die Blondine bei Exklusiv. Einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben sei demnach ihre Mama. Denn ohne ihre bedingungslose Liebe wäre sie jetzt möglicherweise nicht so eine starke Persönlichkeit. Meine Mutter hat alles aufgegeben, um meine Schwester und mich so glücklich zu machen und das ist einmalig, betonte Shirin. Warum die beiden auch heute noch eine so starke Bindung zueinander haben. Ich weiß, ich könnte jetzt alles verlieren. Keiner würde ein Ticket mehr kaufen und sie würde trotzdem zu mir sagen, dass ich die krasseste auf der Welt bin und dass ich die tollste Tochter der Welt bin, verrät die Rapperin. Weiter stellte sie klar, dass Leistungsdruck nie ein Thema zwischen ihr und ihrer Mutter gewesen sei. Ihre Liebe hängt nicht von meinem Erfolg ab. Oder ob ich perfekt bin oder guten Noten geschrieben habe. Dass eine gute Mutter keine Selbstverständlichkeit ist, sei Shirin jedoch bewusst, das hat nicht jede Tochter, das Glück, und ich weiß es sehr zu schätzen.